ja und so weiter und so fort und partherapie ausbildung geht übrigens los falls doch noch jemand rein flutschen will am 15 februar einige haben das schon im account die das gekauft haben und glaube ich zumindest und ja heute klingt auf englisch immer so ein bisschen besser die art of not giving a fuck also die kunst irgendwie scheiß drauf zu geben was leute machen und einfach weiß ich nicht so viel drauf zu geben was auch im dating passiert so frustrierend dass er manchmal sein darf sondern einfach seine schlüsse daraus ziehen weiterziehen weil also diese idee man könnte ja so jemals grund also auf einer ganz tiefen ebene ankommen im leben die würde ich mir mal nach ganz hinten schieben macht sein dass der einzelne von euch dann plötzlich erleuchtet wird und kommt irgendwie komplett an dem leben weiß ich nicht aber für allermeisten von uns ja du kommst selbst wenn du jetzt in einer sicheren beziehung bist ist das natürlich ein riesen ziel was du erreicht hast oder jetzt geht es auch weiter da musst du diese sichere beziehung füllen da musst du vielleicht mit ein bisschen bindungsangst zu kämpfen also es gibt immer ein neues level und das wird hier nicht aufhören bis wenn ich in der kiste liegen oder verbrannt werden oder was auch immer wird es nicht aufhören und von daher gibt nicht so viel drauf wenn wenn es ein neues level gibt das mal so als vorrede zu der nächsten mail eine zuschauerin hallo lieber christian ich war es gar nicht weiter und schreibt hier besuchen nach erkennen und arbeiten an meinen mustern unter anderem passiver bindungsangst coabhängigkeit was ich nur dank deiner kurse bearbeiten konnte stehe ich nur noch viel gestärkt stärkte als noch vor ein paar jahren da so meine einschätzung nach langer single zeit habe ich vor sechs monaten eine beziehung hat sich angebahnt die vielversprechen begonnen und sich sicher angefühlt hat ich war ich glücklich und dachte ich habe es endlich geschafft und jemanden kennengelernt wo chemie und kompatibilität stimmen also kann es gut sein häufig ist es so bei sicheren beziehungen dass man müssen zu kämpfen hat mit ja mit bindungsangst und dieser ruhe und dieser stabilität also wenn das so gar nicht da sein sollte musste man vielleicht fast schon mal gucken ob es doch instabiler ist als man dachte so ne hoffe das war verständlich ich würde gerne an dieser stelle einfach aufhören zu schreiben aber nun bin ich doch am zweifeln und weiß gar nicht was los ist mir mit mir ist und ob es an mir liegt wenn ja wenn ich um deinen ratschlag sehr dankbar sind folgende sachen vorgefallen die mich nun sehr verunsichern ob er tatsächlich der richtige ist nach einer corona erkrankung von mir haben wir uns einst über fünf wochen nicht gesehen aber täglich telefoniert nachdem ich dann zwei tage negativ war wollten uns wieder sehen die ganze woche über hat er mir auch gesagt dass er mich vermisst und sich freut mich wieder zu sehen ich war bedingt eben durch die krankheit komplett isoliert und habe mich riesig gefreut ihn wieder zu sehen wir haben auch telefoniert und uns eben für den nächsten tag verabredet und dann aus heiterem himmel circa zwei stunden später ruft er an und sagt das treffen ab mit der begründung das eben wegen der ansteckung doch zu gefährlich wäre hat sich für mich gefühlt wie ein schlag ins gesicht angefühlt ja also kann da eine irritation verstehen ich würde jetzt bei allen sachen rund um kovid würde ich immer noch sagen okay das sind manche leute sind völlig panisch was krankheiten angeht und würde ich noch so ein bisschen benefit of the doubt aber wenn man negativ ist ist man negativ wo man sich ja nicht sehen kann aber gesagt also weil ich paar leute erlebt habt ihr einfach völlig durchgedreht sind bei kovid müsste man da noch mal gucken aber ja kann ich verstehen dass das irritiert hat es hat einfach schrecklich weh ja das ist ein bisschen was ich meine da so da also wie gesagt ich kann das total verstehen alles gut mit dir aber deswegen hatte ich gesagt die kunst einen scheiß drauf zu geben also du gehst jetzt wieder mit so einer bestimmten erwartungshaltung dran ich finde es hört sich jetzt so normal an so eine erwartungshaltung von das dating wird jetzt so und so weiter laufen sollte man aber gar nicht haben man sollte gerade am anfang auch am längeren anfang einer beziehung sollte man so eine haltung haben ja mal gucken was nächstes day passiert mal gucken was nächstes day passiert weil dann ist man auch nicht so enttäuscht also immer so im moment bleiben ich weiß es schwierig auch jetzt nichts negatives vermuten sondern einfach okay das date war gut was kommt jetzt nächste date okay das war gut nächste day das war nicht gut okay mal gucken und einfach ganz ehrlich gibt einfach einen scheiß drauf geben ja okay jetzt gucke ich mal okay das ist komisch könnte im grund haben wir gucken wir weiter eine weitere weiteren was was ich spionageballon aufsteigen lassen also jetzt muss gerade nur was so politisch gerade los also natürlich nicht spionieren aber was ich sagen wollte ist einfach ja mal so vermerken finde ich komisch gucken wir mal weiter so ich habe dann hinterher geprüft welche alten wunden da wo aufgerissen worden sind ja okay konnte es aber halt nicht wirklich nachempfinden da ich an seiner stelle nie so gehandelt hätte ja das ist schon eine gute sache weil wenn das so extrem weh tut plötzlich sind schon häufig alte wunden und wie gesagt gehen wir jetzt mal nicht so darauf ein kannst du gerne angucken müssen innere kindarbeit und was weiß ich oder du kannst einfach ins erwachsene ich gehen und kann sagen ich nicht mehr bereit mich über sowas aufzuregen schau mal was passiert das ist eine sache die ich gerade sehr für mich sehr stimmig finde so jetzt auch bei anderen sachen im leben so ich habe dann viel geweint und ihm gesagt dass er mich damit sehr verletzt hat und dann haben wir drüber gesprochen es schien soweit geklärt zu sein letzte woche hatten wir ein thema bezüglich gemeinsamer zeit jetzt kommt wahrscheinlich das nächste er macht derzeit einer weiterbildung und lernt sehr viel steht darunter unter druck und hat wenig zeit ich habe verständnis und meinte aber wenn ich es dass ich es schön finden würde wenn wir einen abend am wochenende und sonntag vormittag gemeinsam zeit verbringen würden ja also ich meine das gehen wir von außen seit fest zusammen das ist wirklich nicht zu viel verlangt weil das ist ja was wir immer wieder besprechen in der beziehung wollen ja keine krümelbeziehung führen und wenn jemand nie zeit hat und wir wissen ja dass viele bindungsängstler finden immer neue gründe man das ist so deren dynamik ist jetzt kein bashing aber immer neue gründe warum es nicht geht so ne und ich meine wenn man will geht es immer ne also aber ich kenne sowas hätte sowas auch mal dass jemand dann ja ich muss jetzt wochenlang monatelang lernen wir können uns nie sehen nie können wir uns sehen es geht gar nicht ja seltsam was soll man dazu sagen so ok also du hast deinen wunsch geäußert alles gut ich fühle mich momentan durch ihn abgeschoben und er ist sehr auf lernen und seine ziele fokussiert ja muss man wieder reden und versuchen kompromisse zu finden hast du jetzt auch gemacht dieses wochen ist es mir dann ist es mir dann zu viel geworden das ist ja häufig so wenn ein leute die noch bindungsängstiger sind selber einfach auf die palme bringen durch diese ganzen mauern ja aber immer wichtig auch selber zu gucken hey verlange ich gerade als wenn mein pluspol ist verlange ich jetzt zu viel also immer wieder versuchen objektivität reinzubringen aber gut wir haben uns für samstagabend verabredet er bat mich noch dass ich zu ihm kommen soll da noch bis ich komme fürs lernen nutzen kann okay für mich war das verständlich und ich habe mich schon auf den weg gemacht als ein anruf kam dass ich doch bitte nicht kommen soll das war lustig ja aber schön war es nicht für mich jetzt geht es wieder los da ich ihm derzeit daher eine einladung zu einer feier übersehen leute was ist los mit dieser welt hups habe ich übersehen wo leute dort sind die ihm selbst als auf seinen weg unterstützt und der schon auf dem weg dorthin und jetzt weißt du doch dass diese ganzen sachen wo es dir weh getan hat dass das vielleicht doch nicht ein inneres kind war sondern dass er einfach scheiße ist ja sorry also das heißt ja auch ich meine wer sagt sowas also das ist der subtext ist ja auch du gehörst nicht zu den leuten die mich unterstützen der subtext ist auch auf eine coole feier geht und ich gehe ich ja nicht mit hier gehe ich ohne dich sehr wohl klar und dritter subtext dafür habe ich zeit für dich nicht also für mich wäre es aus heutiger sicht wäre für mich sofort ende gelände sag ich ganz ehrlich also meine ich was heißt ende gelände ich würde sagen du sorry kommt immer darauf an wie wie liebesüchtig man so unterwegs ist jetzt versteht man der ratschläge jetzt nicht falsch ne aber ich würde dann sagen du sorry das ist also wenn ich jetzt gar nicht liebesüchtig wäre könnte man auch sagen du sorry ich schufe das jetzt mal runter hier auf freundschaft plus habe ich keinen bock drauf können uns ja ab und zu treffen und ich gehe jetzt auch aus und spaß woanders alles klar danke für die lektion und weiter geht's ne so würde ich das handhaben also das soll no fucking way würde ich das akzeptieren aber ist deine entscheidung ne so weil das ist so in the face und so dreist einfach und jetzt frag mich nicht wieder warum macht er das diese fragen warum warum werde ich keine antworten bekommen ich war komplett vom kopf gestoßen mit recht in solchen momenten fühle ich die gefühle wie eine hohe wasserwand über mich einbricht und ich wollte die beziehung liebsten sofort beenden es soll wenn du mich fragst kannst du auch andere fragen steiners und die raker die raker gerissen du bist raus hast deine chance gehabt hast salavis schüss mein lieber viel spaß im leben hab noch viel spaß auf der party ich mach mal eben meine tinder ab auf und mal gucken was ihnen heute abends so laufe tschüss hier seine sachen steht vor der tür ja also ganz ehrlich man solche dass sie nicht da musst du auch mal etwas elternfreund da braucht ja auch echt mal eine lektion finde ich wirklich naja aber sind alles du musst das entscheiden ich bin das leben hat mich echt hart gemacht ist vielleicht auch nicht immer das beste aber muss hier aber letzt also ich finde schon echt krass er wäre noch abends nach der feier zu mir gekommen ist aber reden also sie kommt ja mal gerade zusammen das ist ja jetzt nicht so dass ihr 20 jahre erfolgreich zusammen seid und dann will mal jemand allein auf irgend was gehen weiß ich nicht weil sich das irgendwie so ergibt oder so aber ich hätte auch so was keinen bock mehr kannst du ehrlich dann lieber gar keine beziehung wo ich sagen echt was ist was soll der chance wirklich aber ich habe nicht reagiert und war einfach nur zutiefst enttäuscht mit recht am nächsten tag schrieb ich ihm dass ich nicht reden will mir die worte fehlen dass er das so gemacht hat mit recht christian was ist hier los leute fragen mich immer was hier los ist das ist mir sowas auch egal also ich gucke nur auf das verhalten von menschen wenn es nicht stimmig ist diese warum frage ich kann immer wieder hinweis auf meinen glücks kurs das das thema warum frage ist einer der unglücks bringer in unserem leben warum 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 richtige antwort darauf ist sage ich noch mal gute frage wir wissen es nicht und es ist auch letztlich scheiß egal ich nehme war dass er sehr auf sein lernen fokussiert ist und mich dann komplett weg schiebt ist das normal könnt ihr mir sagen was normal in dieser verrückten welt ist mal ganz ehrlich was ist hier normal weiß nicht das ist so unglücksfrage was ist normal wenn man erstmal gewisse bewusstseinsschritte gemacht hat findet man großteil der welt meiner ansicht nach irre kann ich nur drüber lachen also kann man drüber lachen und das auch kann da drüber stellen oder so weil man war ja selber auch mal an dem punkt man kann ja kann ich nur drüber lachen wirklich ich weiß es ehrlich gesagt nicht so traurig wie es ist ich weiß nur was ich fühle und das fühlt sich für mich sehr verletzend an und ich weiß dass ich so nicht handeln würde vor allem weil ich gerne mit ihm zusammen versuchen würde jede kostbare freie zeit da miteinander zu verbringen ja aber er ist nicht so wie du bin ich vielleicht diejenige die zu emotional reagiert also in dem punkt bestimmt nicht also wie zum beispiel sich an absprachen zu halten absprachen absprachen sind heute ganz schlechtes thema heutzutage absprachen das ist ja schon als wir merken das auch so bei bei seminaren das ist wirklich so schwer sondern leute drauf zu kriegen weiß ich nicht dass das man sich anmeldet und dann dass es auch mit den leuten stattfindet die sich angemeldet haben dass es wird immer mehr dass ich leute ist auch in ordnung also jeder muss das machen wie wir also abmelden wir stornieren werden sich neue an stornieren also das scheint ich weiß nicht warum ich habe keine ahnung immer schwieriger zu sein sich irgendwie festzulegen so ne und klar manche haben natürlich auch reale gründe aber man merkt einfach dass es immer mehr wird und ich weiß es nicht absprachen und commitment scheint immer weniger zu zählen aber ist es so wie es ist drauf scheißen wirklich bitte hilf mir während ich die zeilen schreibe könnte ich schon wieder weinen da ich dachte ich habe mich daraus gearbeitet ach komm jetzt immer so nicht so wichtig ist wieder entweder eine beziehung ist gut dann genießt du es oder sie ist gut bis zu gewissen punkt dann hast du es bis dahin genossen und dann wird sie schlecht und dann lernst du ja so ist das leben gibt ja nicht zu viel energie rein also ja ich verstehe das jetzt mal so dass das so momentan ist dass du jetzt müssen schlecht drauf bist ja kein wirklich macht ihr nicht so ein kopf es gibt immer nächsten schritt und diese ganze idee dass wir so grundsätzlich irgendwo ankommen du bist bestimmt riesen schritt weitergekommen und kannst jetzt wieder deine eigene nicht meine stein als um die breaker testen ist eine super lernaufgabe und leben geht weiter es gibt noch selbst wenn du denen jetzt nicht mehr willst gibt es noch vier milliarden weitere männer so wirklich gibt ja nicht so viel energie rein ganz ehrlich habe das gefühl dass ich das zurückgeworfen bin ja natürlich das natürlich ist das schmerzhaft und zurückgeworfen aber nicht nicht wirklich nichts kann ich wirklich zurückwerfen und ich nicht klar kenne was es ist und ob es richtig ist ich glaube du findest schon die richtige antwort danke dir von herzlichen antwort von herzen zurück und wir sehen uns bald wieder bis dahin Vielen Dank.